Ich war bei einer Hellseherin. Ich wollte mit Mom reden. Wie bitte? Ich war bei einem Medium namens Elise. Der Tipp kam von Clares Mutter. Und wann war das? Vor einem Monat oder so. Seitdem sind seltsame Dinge passiert. Wie die Geräusche letzte Nacht. Ich glaube, Mom hat mich zu erreichen versucht. Quinn, ich möchte nicht, dass du blödsinnigen Ideen nachhängst. Das sind unseriöse Betrüger, die mit deinen Träumen Geld machen und dir was vorspielen. Und wenn es Mom trotzdem war? Und versucht hat, mir irgendetwas mitzuteilen? Wieso redest du nie über sie und versuchst sie zu ignorieren? Ich rede doch über sie. Nein, tust du nicht. Du streitest mit mir. Du batest im Chaos, um so zu tun, als hätte sie nie existiert. Nein, Quinn. Ich sehe sie immer und an jedem Tag. Wenn ich dich ansehe.